Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlekneiks! Ich bin voll, es ist voll. 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 Ich bin voll, es ist voll, es ist voll. Ich bin voll, es ist voll, es ist voll. Ich bin voll, es ist voll. Ich bin voll, es ist voll, es ist voll. Ich bin voll, es ist voll, es ist voll. Ich bin 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 voll, es ist voll. Ah, map ausgegangen. Okay. 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 Sieg! Yes! Sieg! Sieg! Der Drache konnte eigentlich gar nichts. Er ist eine Höllenwelt. Über die oben! Das ist neu. Stono! 3x7 85 Schaden Ich schau mich mal um Ich möchte eingehoben, ob sie die Arme bekommen Aber das gibt es wahrscheinlich auf der Welt noch nicht, oder? Eigentlich schon Ob sie die Arme? Doch Nun, was ist ein... Wo ist der... Wo ist der Obsidian Block? Block Key Also grüne Portale gehen weiter Ja, nicht verkehrt Ob sie mich jetzt interessieren, wo die Schade ist, ob sie die Arme blicke wären Ich bin hier Ich bin hier Das war's für heute. Spürtus Feuerbeeren 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 Mach Euh Geburt Okay. 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 Ungefallener Krieger. da Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Portoclides. Ciao.